Vorgestern Morgen, also am 14. Juni 2023, hat es einen ernsthaften Vorfall auf dem Gelände der japanischen Selbstverteidigungskräfte in Hinominami in Gifu gegeben. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Auf der Anlage, auf der neue Rekruten ausgebildet werden, befindet sich eine Schießübungshalle. Um zehn nach neun am Morgen können Anwohner aus dem direkt gegenüberliegenden Wohngebiet plötzlich Schreie vom Gelände hören. Kurze Zeit später trifft ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeifahrzeugen ein. Ein 18-jähriger Rekrut, der erst im April seine Ausbildung zum Soldaten begonnen hatte, hatte in der Halle auf drei Personen geschossen. Dabei wurden zwei Sargeants, der 52-jährige Yasuchika Kikomatsu und der 25-jährige Kosuke Yashiro, tödlich verletzt. Der dritte, ebenfalls ein 25-jähriger Mann, überlebt mit schweren Verletzungen. Der 18-jährige Schütze wird von weiteren Sargeants festgehalten, bis die Polizei vor Ort eintrifft und festgenommen. Er wurde inzwischen bereits wegen Mordes angeklagt. Der mutmaßliche Täter hatte die Schüsse abgegeben, während 70 Rekruten, darunter er selbst, Schießunterricht mit scharfer Munition erhalten hatten. Er soll auf seinen Anleiter Kikomatsu geschossen haben, bevor er eigentlich an der Reihe war zu schießen. Nach seiner Festnahme hat er bereits zugegeben, die Schüsse absichtlich und nicht aus Versehen abgefeuert zu haben. Er sagt, kurz zuvor sei er mit Yasuchika Kikomatsu, dem 52-Jährigen, den er erschossen hatte, in Streit geraten und Kikomatsu hätte ihn beschimpft. Auf Yosuke Yashiro, den 25-Jährigen, hätte er eigentlich nicht schießen wollen, doch Kosuke sei ihm in den Weg gekommen, als er versuchte, ihn an weiteren Schüssen zu hindern. Darüber hinaus sagt er, dass er bereits davon geträumt hat, ein Soldat der Selbstverteidigungskräfte zu werden, seit er ein Kind ist. Der Verdächtige lebt noch bei seinen Eltern. Seine Familie, er hat fünf Geschwister, ist vor zehn Jahren in eine ländliche Gegend im Raum Gifu gezogen. Eine Nachbarin sagt aus, dass er als Kind immer sehr fröhlich gewirkt hätte, doch in den letzten Jahren hätte sie beobachtet, dass er meistens alleine unterwegs gewesen sei. Ein ehemaliger Schulkamerad des mutmaßlichen Täters ist sehr überrascht, dass er den Vorfall auf dem Schießstand verursacht haben soll. Er sagt, er hätte nie ein problematisches Verhalten gezeigt, er hätte immer für gute Stimmung gesorgt und er hätte sich sogar für Mitschüler eingesetzt, die gemobbt wurden. Darüber hinaus sei er sehr gut im Sportunterricht gewesen und hätte hervorragende motorische Fähigkeiten, was ihm natürlich dabei, präzise zu schießen, von Vorteil ist. Der Vorfall wird derzeit noch genau untersucht. Die Schießübungen aller Einheiten der Selbstverteidigungskräfte in ganz Japan wurden als Reaktion auf den Vorfall sofort eingestellt. Vor der Wiederaufnahme soll zunächst ein gründliches Sicherheitsmanagement erfolgen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Vorfall unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, einen Daumen hoch dazulassen, falls euch das Video gefallen hat, denn dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, denn dadurch werden euch meist meine neuen Videos vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen, bis gleich! Dankeschön fürs Zuschauen, bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020